Stolz und Jünger, Schellinger und Sitterer und Nobik und Winter. Gruppe 3. Sitterer und Kasecke, Lauser und Hummel, Friedrich und Branden. Gruppe 4. Ader und Jünger, Wehr und Salz, Handel und Erd und Deckelmann und Meier. Gruppe 5. Werner und Amt, Schaut und Nobik und Steckmeyer mit euch. Ganz kurz zur Nachbarn, ich rufe jetzt gleich die erste Spiele auf. Auf diesen Körchen stehen jeweils Nummerne. Die haben nichts mit den Tischen zu tun. Die Tischen-Nummern stehen auf dem Schiffsträcherzettel drauf. Wenn es sonst noch mal an geht, über die Spiele einfach. Ansonsten die übliche Aufstellung für ein Gräber und Spielabflug bei einer Mannschaft bei Spiele gewonnen hat. Achso, vielleicht wollte ich uns erklären. Der Story wird euch nicht wieder filmen. Wenn jemand nicht gefunden wird, möchte ich nicht wieder ein paar kurzeinander. Okay, mal was muss ich möchte, wenn jemand nicht gefunden wird. So, dann geht's los. Gruppe 1. Dorma und Hebe gegen Hassel und Junker, Tisch 18. Sperre und Mühl gegen Glühweißer und Glühweißer, Tisch 17. Wehr und Steinbücher gegen Lohen und Winter, Tisch 16. Tisch 16, die Blinden. Schäuble und Junker gegen Schäuble, Tisch 15. Schäuble und Schäuble und Schäuble und Schäuble und Schäuble und Schäuble.